Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei TDFLP. Ich höre jetzt die Dinge am Start. Wir sind hier wieder bei Darth Vader in the Legion Tale. Ich habe seit langer Zeit nicht mehr gespielt. Aber ich war lost. Ich war weg, ich war away. Ich war unterwegs. Heimat und so, zu Hause. Chillen, Familie kümmern, Unterstützung und alles. Und jetzt bin ich back. Kapitel 1. Schicksal. Dorf Aurora. So, wir haben das Dorf Aurora erreicht. Süß. Um... Um... Hold it right there. Are they gone? I don't hear anything. If you're referring to the Giants, I took care of them. They're dead? Yep. Thoroughly expired. They were no match for us. There's an older couple back there that could use some help though. That must have been one nighter and her husband, Giants. Thank you. We'll send help right away. So you're saying you just happened to show up at the right time, huh? So sind wir. I suppose. Interesting coincidence. Uh-huh. If you're suggesting I had something to do with this attack... Whoa, whoa. Take it easy. I have to apologize for my big friend Calum here. We're just a little over... What's been happening here? I guess you missed the endless hordes of bloodthirsty monsters on your way in? They used to stay in the mountains, away from the village. Now they're attacking us on a daily basis. No one's been hurt yet. At least not until today. If Giants are showing up near Onida's farm, things are... Speaking of which, where exactly do you come from? There's nothing west of here except crazy old... We're, uh... Prospectors! We are prospectors! And we're out on an excavation to find a... Or to... Prospectors, eh? You're certainly well armed for the job. Like you said, there are a lot of monsters. Well, we're indebted to you either way, so go on through. Please, make yourselves at home. My name is D. There's not much here, but we do have a merchant if you need supplies. Thank you. Okay. Cool, also auf jeden Fall letztes Mal... That's an interesting outfit you're wearing. Oh, you're one to talk? He can... Oh, you're too old to be a kid. Oh, you're too old to be a kid. Yeah, come on, you're pissed off. Shit of the... Spooko... Prospectors, Fidgets... That was the best thing you could come... It was the first thing that popped into my head. It's not like you had anything... All right, I... You're right, where you need to be. The answers to your identity lie somewhere... I know this place, and that's for certain. And you who in turn do not recognize them. Yet I feel the reason... Maybe we should look around for a bit? That is a good idea, Fidgets. Very well. But something... Okay, wir müssen mit dem Behinderten reden. Aber wir haben irgendeine neue Mission. Staub zu Staub. Okay, das sind die Stuff, den wir haben. Äh, du hast dich für die... Was? Du hast dich für die Einwohner von Noah als echter Held erwiesen. Vielleicht bekommst du jetzt von ihnen ein paar Antworten. Okay, dann lass uns jemanden finden und mit dem... Oh, hello! Die Charakter mit dem... Weed Symbol über den Kopf. Halten für dich Missionen bereit. Sprich, wenn du gesagt hast, für eine Mission und Region zu eröffnen. Okay. Dann machen wir das. Why, hello there! I'm always thrilled to see your new face. Even when it's all covered up like... Indeed. Well, my name is Dust, and this is Fidget. Hiya! Don't lie, Mr. Grumpy. Me? He's not big on the whole eye contact day. Fidget and Dust day? Not from around here, are you? Well, neither was I originally. But, this is a nice little place. If you're not... Oh, where are my manners? I'm Augustin, local strongman. Say, you wanna arm wrestle? Klar! Uh, some other time. Ah, that's a shame. You know, I heard what you did back there for Oneida. Great stuff. Maybe... Maybe... I have an old friend. A blacksmith. Lives way up at the top of Archer's... I promised I'd deliver some materials to him way back when. But haven't been up that way in ages. Area's pretty dangerous these days, if you ask me. Tell you what. If you help me out, I'll give you this blueprint. If you give it to him along with these spare materials... A blacksmith that can craft items from blueprints? I think I'll take you up. Wow, that's great! I knew I could camp... Okay. That's right, we have to bring this now. And then we'll get this blueprint and then we can build something out of it. Nice. I like this. Du 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 du. What's going on? Just gay. Uh, good morning? Hmm. Is it though? I, well, I guess? He guess is wonderful. Well, perhaps you can guess that I really don't want to talk such drivel right now. Okay, sorry, model. Can we hit him in the head? No, sorry. Then not. I don't know your quest. Hello, I don't believe I've seen you before. We just came in from the west. Ah, so you're the one every... Everyone's... Of course, you're the one who saved Oneida. My name is Mosca and I am at your service. Say, or... I don't know, why do you ask? Well, if you ever find yourself heading east of the village, maybe you could let me know if... Oh, they're far from safe. The town guards mentioned that monsters have been attacking all... Well, see, here's my problem. I've been meaning to visit someone in Denham. It's a small... I imagine this someone is pretty important to you? Well, yeah. Well, sure. Oh, she is. She definitely is. I just... I want to make sure she's okay. Mosca, if my travels take me there, I'll... Oh, thank you so... Alter! Fick dich! I'm almost dead. Ähm... I'm not leveled, or not? Ah, here. Äh, tatsache, ich bin geleveled. Ich hab ein Pünktchen. Das Pünktchen investieren wir in... Boah. Geht schon gut hoch, Alter. Jeder Punkt zählt anscheinend in diesem Spiel. Ich brauch mehr Power. Ja, man. Mehr Power. Ich will ein Returnment spielen. Oh mein Gott, gehen wir jetzt runter? Oder gehen wir jetzt hoch? Ich bin so verwirrt. Wir gehen runter. Hier ist eine Kiste. Kann ich die aufmachen? Boah, stimmt. Da muss man irgendwas drücken. Haha. Rasiert. Und einen Ring hab ich. Warte, den Ring müssen wir anlegen. Weil jetzt hab ich zwei. Nice. Cool. Ups. Wir gehen die Combos. Pam, 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 pam. Oh, es gibt... Oh, da gibt's einen Kick. Alrighty. Nice. Okay. Wir haben einen Ring. Wir haben den... Oh, wir haben eine Mission. Oh, ich hab... Um... Not you. Haha. Listen. Do you hear it? Can you hear its whispers lock? I... Well, of course you don't. My box has been lost. Somebody must have stolen it. Perhaps it was that Mosca fellow. He's always averting his gaze from... Probably his distaste for your nuttiness. I can hear its whispers coming from below. Down. Deep down in the earth. If you're ever down there, please. You must find my... Okay, Reed. If I find your... Okay. Und scheinlich gibt's auch noch ne Kiste. Irgendwo unten. Hi there. Es geht Puppa. Well, hello. Uh... You're a quiet one. Der ist verliebt. Dust, Manners, you'll have to excuse him. He's a bit worn out, saving a bill. Yes, I heard something about... Ah, yeah. Honestly, it doesn't matter. I... And there's nothing we can do about it. This is really sad. This is really sad. Oh, no, 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 no. Okay, what is that? Oh, no, 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 no Sie sahen, wie sie... Ich... Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe... Ich bin sorry, Fidget, ich... Ich weiß nicht, was mir vor mir kam... Ah, unser fameux Savior! Ich habe es gehofft, dass du gekommen bist! Voll teuer, der Stuff! Ohne Witz! Was hat er hier? Necklaces... ...and Bullshit... Aha, aha... Was hat er hier? Was ist das? Ah, das macht die Waffe doch schon besser, ne? Aber ich weiß nicht, ob das einmalig ist, oder ob das über eine Zeit ist... Ach komm, das sind vier Stück, Alter, das bestimmen wir dann... ...und zeigen brauche ich nicht... Fat Tidy Gooo... Das haben wir, ne? Da sind wir schon voll gut bedient... Was ist das für ein Scheiß? Achttausend! Ähm... Was ist das? Wichtig... Ah... ...und dizendo... ...und zeigen wir uns nur 5ぁ... ...und sagen wir mal 6... ...und sie sagen wir mal 5, 3! ...und das ist ja... ...und 5... ...und das ist ja schon so... Oh, ich glaube, hier ist diese garstige Höhle. Zunderklinge Bauplan. Aber was soll ich damit jetzt machen? Speichert! Hat ich jetzt gespeichert? So, jetzt. Da habe ich nochmal was gefunden. Eine Notiz. Ein Ratschlag. Was ist das für ein Ding? Eine Art Käfig, was auch immer es ist. Es macht einen schrecklichen Lärm. Auf und zu höre ich Wörter, die wie Fett und Rüben klingen. Was soll das eigentlich bedeuten? Ich werde es in den Höhlenunterrohrer verstecken, bis ich die Schlüssel gefunden habe, die ich brauche. Ich muss mir einfach nur merken, so weit nach rechts zu springen, wie ich kann. Okay. Ja, das ist doch jetzt hier, oder nicht? Oder nicht. Oh, sie hat auch eine Quest. Oh, die haben alle Arbeit für uns. Hey, ich bin Mayor Bram. So, du bist der Hero, den ich überhört habe. Ja, aber das bin ich. Das ist nichts, wirklich. Wir sind nur durchgegangen. Das sind wir. Du musst nicht so modest sein, mein Freund. Wir können nicht dir genug bedanken, für deine Hilfe. Dinge haben sich in Aurora sehr oft zu verhört. Also, zu einem wirklichen Hero in uns zu haben, ist wirklich die Morale zu verbessern. So, was ist dein Name, son? Dust. Mein Name ist Dust. Und einige der Villager, die ich habe, haben nicht so glücklich gemacht, wie du... Ah, Sie sprechen über die Watchmen? Sie müssen verstehen, dass es ein Tag dauert, ohne irgendwelche monstrosities, in der Ville zu verhört. Sie waren einfach nur in der Ville. Geh meine Worte. Ich bin sicher, dass sie keine Schmerzen haben haben. Genau. Und es gab auch diese... Frau. Ja, das könnte nur Ginger sein. Sie können ein bisschen ein paar Hände, aber nicht überlegen. Sie haben keine Ahnung, was sie durchgegangen hat. Sie haben nicht mehr, was sie durchgegangen hat. Sie sieht ziemlich schrecklich aus etwas. Don't concern yourself. We have other matters to discuss. What the hell can I possibly provide? Yet again with the modesty. You're no mere travelers, that much I've gathered. Mineral merchants don't wield blade as impressive as yours, Dust. I don't know. I'm searching for... Then perhaps we can help each other. If you help our village, I promise I'll do whatever I can to help you. But I can't be of no assistance while our village is constantly attacked by these creatures. We suspect their leader is close by. And if you could... What? Oh, what's that? Oh, okay, Leute. Wir machen den Quest jetzt einfach. Wie ist's gut. Weil der quatscht mir einfach zu viel. Er will, dass wir den Anführer töten, denke ich mal. Und dat machen wir. Okay, I'm not sure. I think you've made a watchman. Alright, mayor. Oh, that's. The Watchman reported. I attacked my flesh. Yay. Another quest! Another quest! A quest, Simon. Hey, you're the outsider. Yeah. That's great. So you must know your way around out there. Depends on the favor. Well, allow me to introduce myself. Mein Name ist Feja. Oh, also das Airport-Equipment... In so vielen Worten, ja. Es ist nicht so, dass ich ihnen Sub-Power-Equipment geben kann. Wenn ich... Ich sag dir was, wenn du mir 5 Impites bringst, dann würde ich sie dir glücklich für mehr als die Schöpfel aufbauen. Ich bekomme... Was du pre... Na also. Ah. Ah, okay. Hm. Nein, wir gehen erst von da oben hin, oder? Sieht mir näher aus. Uh. Alles klar, dann klare wie die Laos mal weg. Okay, jumpin, jumpin, jumpin. Was? Kiste. Wop. Okay. Irgendwelche Resonanzen lassen sich nur durch irgendwas anderes öffnen. Das ist kein Ding für uns. Ich glaube, ich habe irgendwas cooles bekommen. Oh, ein Blueprint. Hä? Doch nicht. Ich habe mich falsch gedenkt. Da wird's nicht falsch gedenkt. Ich habe mich ganz schwer vor gespringen, weil ich bin sehr verbrunnen. Hallo. Ah, dann mich. Wuhh, Level-Aufstieg. Auf jeden Fall Gesundheit drin. Brauchen mehr Leben. Ah, so nimmt man das. Ah. 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 Ah.